Wie wäre es wohl, wenn Dior Om Intense und Tom Ford Fabulous ein Kind bekommen? Dann bekämpfst du auf jeden Fall den Tardes von Karner. Und das ist wirklich ein super geiles Teil für alle Fans von pudrigen Düften, wie zum Beispiel den Dior Om Parfum und mandeligen Düften, wie zum Beispiel den Pegasus oder den Fabulous von Tom Ford. Und dieser Duft hier ist wirklich genau das. Es ist ein Duft mit pudrigen Irisnoten, es ist ein Duft mit Mandel mit drin und der hat eine super geile Performance, hält ewig, bekommt tausende Komplimente und hat außerdem so eine leicht rauchige, süßliche Note, die ich persönlich sehr, sehr cool finde. Vielen Dank nochmal an meinen ehemaligen Chef Nermin für das Empfehlen von diesem Flakon und deshalb empfehle ich dir jetzt den Tardes von Karner, wenn du auf diese Art Düfte stehst.